Yo Leute und damit willkommen zurück zu Pokemon Legenden Akios Ja, nachdem wir beim letzten mal ins Cobalt Küstenland gekommen sind, sind wir noch nie weiter gegangen Da habe ich sogar noch einen Shiny gefunden gehabt Und beim letzten mal hat man ja auch gemerkt, ein bisschen Arcated, ja bin ich halt immer noch Da... zwischendurch habe ich richtig Husten gehabt, jetzt geht das wieder Ich wollte noch mal kurz zurückkehren Ähm, ins Dorf zurückkehren Okay Und ich wollte noch mal was gucken gehen Ob nicht in der Zeit schon wieder neue Pflanzen gewachsen sind, weil es sind ein paar Tage vergangen Und ich weiß halt nicht, wie das gezählt wird mit dem Zeit Werden wir ja spätestens sehen, wenn wir hier was kaufen können Okay, also noch nicht Aber vielleicht da... Warum laufe ich eigentlich immer hin, wenn ich schnell hinreisen kann? Ist auch immer so merkwürdig Ne Okay Aber Die Felder sind gut bewachsen Ja Geiler wäre, wenn du jedes Feld einzeln anwägen könntest, was du da bewachsen lässt Aber Ja, so ist das halt nicht Gut Dann gehen wir da mal wieder hin Ähm Ähm Oh, das sind schon Massen Oh, war die... Mit Ribi Hm Wäre eigentlich einmal eine Möglichkeit wert, da einmal kurz hinzugehen Und Und Wir sind zu weit weg, ne? Äh, tut 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 Zeig mal Die sind da oben Gut, da können wir schnell hinreisen Das ist nicht das Problem Aha Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich... Ne, Speichern brauch ich gar nicht Weil... Shiny Hand mach ich eh noch momentan nicht wirklich Aber ich nehme die Gelegenheit mit Um das zu machen Hier oben ist das Da... Wie gesagt, ich nutze die Gelegenheit und nehme das einmal mit Ich hab mich nicht gesehen Das ist das einzige, was mich gesehen hat und weg ist Ach was Ach was Ihr seid doch so ne dummen Viecher Äh Hier, kannst du haben Ich bin voll abgeworfen Äh Lass das Beruhig dich Voll abgeworfen Ich bin voll gelähmt damit Poli Ey, das wollte ich gar nicht Wieso bildet er da in nem Moment was anderes aus? Okay Dich hab ich Dich hab ich nicht Tschüss Tschüss Äh Ja Flieg mal schön in den Baum eben Flieg mal schön in den Baum eben Dass das nur weiblich ist Klar Ich hasse das Tja Jetzt wird's wieder dunkel Klar Minimal Minimal und ich treffe echt nicht Alles klar Na Na Alle weg Alle weg Okay War kein 2 War kein 2 Ist aber nicht schlimm Wie gesagt Ich mach das einfach nur so Und wenn die Schwärme schon auftauchen Dann kann man's auch einmal machen Und mit Glück kann man irgendwelche dabei haben Aber sonst Ist es mir Grad relativ Da ist die Story weitermachen Und ich merke grad Ich kann mehr quatschen Oh endlich Wie das nervt Oder wie das genervt hat Hier unten war doch was Genau Da ist ne neue Nebenmission Hier haben wir noch sowas Wir brauchen nämlich die DP Punkte Ich will die Tausch-Items haben Gott Wenn ich wieder rausgehe Und aus dem Bild drücke Weil ich Xbox-Controller Grad Irgendwie im Kopf hab Und da können wir halt noch nicht rüber Weil wir noch nicht schwimmen können Ich glaub das können wir Ne Kobalt Und ein Kobalt Dings war Irgendwie so war das Ähm Ups Schon wieder Ich hab halt ein bisschen meine Grafik rum getestet Und Weil ich GeForce Now nutze Da das auch echt gut ist Wenn nicht Ich hab nur kurz in Kontrolle Na ja da hab ich mir das wieder vor eingeprägt Alles klar Hey Luder Könnte ich dich um etwas bitten Als ich die Sumpflandbasis verlassen habe Wurde ich von einem Hypotherus verfolgt Zu allem über Fluss War es auch noch ein Elite-Pokémon Ich habe natürlich sofort die Beine in die Hand genommen Aber dummerweise habe ich auf der Flucht Mein Talisman weinen gelassen Ich will unbedingt wieder haben Ich will es unbedingt wieder haben Aber leider konnte ich ihn nicht mehr finden Wahrscheinlich habe ich ihn in irgendeinen Sumpf verloren Bitte bring ihn mir Wenn du ihn findest Okay In irgendeinen Sumpf ist immer sehr gut Naja So Wo ist denn Von einer Elite Das müsste das Elite sein Was hier irgendwo rumläuft Hm Guck mal da haben wir das hier Warte mal Das war da Die anderen Sachen waren da drüben Bin ich nicht beim letzten Mal da rüber gekommen Indem ich Ähm Hui Komm Da drüben Geh doch Dann holen wir uns die Sachen einmal Ups Ey Ja ist ja gut Warum müssen die auch immer alle die Kontrolle anders machen Die Steuerung Ähm Wo war denn das Da Das ist ein Apollo Gänge kriegt man auch so ne Mit ganz viel Glück Ohne entwickeln zu müssen Raumzeitverzerrung Aktiviert Hui Das ist auch komodern wenn das Wenn man hier die Sachen verliert Hallo Na willst du kämpfen? Ich will aber die Sachen holen Mehr nicht So Wo lang da Willi der Gliwunkel Mit zwei Stück gleich What the fuck Was ist das denn? Hab ich auch noch nicht gehabt Eisenbogen Genau das was wir brauchen Zwei Elite Holy Aua Das hat weh Aua Hilfe Lass ihn entern Lass ihn entern Tschüss Wow Wie viele Elite sind denn das grad? Wollt ihr mich verarschen oder so? Junge Junge Auch noch ein Nebulak Auch noch ein Nebulak Hallo Nebulak Na? Ähm Warte mal Siehst mich nicht Siehst mich nicht Siehst mich nicht Siehst mich nicht Ja Siehst mich nicht Ne? Ah Für dich Wow Okay Welches Level hat denn das? Ich will nicht schlafen Lass mich in Ruhe Oh man Ähm Ja so effektiv sind die Attacken ja gar nicht Ne? Aber Okay Passt schon Aber Lass mein Pokémon in Ruhe Klar Setz noch mal Börde ein Mein Tod Habt ihr schon wieder tot? Sorry Ich durfte nicht Ich darf irgendwie noch nicht so wirklich lachen Ohne dass ich anfangen zu wuste Hm Items Erstmal Wiederbeleben Aber wir wollen die Erfahrung ja mitnehmen Klar Setz du mal Gift Shock ein Dann Welche Bälle haben wir denn? Ich würde sagen Nehmen Super Ball In dem wir auch nicht mal so viel haben Ne? Ja gut Uns fehlen ja noch viele Eidenschaften Dass wir die überhaupt herstellen können Komm Fang Ja geht doch Ja geht doch Hauptsache etwas Was sind das? Wie kriegt man die Steine kaputt? Hier lang Da lang Oder doch dort lang Keine Ahnung Dann haben wir noch so eins Apropos was mir auch aufgefallen ist Mit diesen Aufgaben für die Pokémon zu erledigen Ne? Es sind wirklich nur die hervorgehobenen Aufgaben Die man Vervollständigen muss am besten Und ich mach mal was alles Weil ich Lust dazu hab eigentlich Bringt das Spaß Methode umbestimmt Unterschiede zwischen Shallow erforscht Ja Methode umbestimmt Weil es entwickelt sich ja halt random Das ist ja das Problem Gut Wann mal hab ich die Sachen jetzt nicht gehabt? Ja Und da ist das Ding aufgetaucht Da drüben war ich noch gar nicht Beim letzten Mal Hm Kann man auch machen Aber jetzt nicht Wir gehen jetzt erstmal zurück Und dann Machen wir einmal So Oh Wie viele Leute einfach Items verlieren Überleg mal Ich fand die Grenze Weil die jetzt nicht um Und jetzt so viele Items Uiuiui Man kriegt die Punkte eigentlich doch relativ schnell zusammen Oder? 1 2 3 4 5 Noch Ich muss mal kurz auf die Karte gucken Minus Geben wir mal ein Startgebiet kurz rein Hier ist eins Wieder Ähm Da waren wir jetzt 1 2 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 8 9 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 10 16 16 17 17 18 19 20 20 20 19 19 erfahrung bekommen hat zurück ins dorf so gut dann was man gleich sofort machen könnte ist steht ein haus ok warum nach verändert sich das dorf oder wird das beziehungsweise größer hallo na so hier haben wir ein weibliches ja genau da haben wir ein männliches ich habe irgendwie von den zwei noch bekloppt keine ordnung na shiny warte mal das ist ein shiny drei stück zu bewegen man konnte die buchse doch umbinden oder kann man das hier nicht zu schnell warum er auch vor allem zurückgeht ist doch doof ich muss gleich niesen nein okay okay das erste ist drin da hatten wir noch eins wegen über recht warum war das typ das ist nur das oh come on ja gut wir haben ja hier nur noch eins was ich aber einmal machen wollte ist zack zack ich habe ja von jedem einen deswegen zwei lasten ich drücke auch immer zu schnell so das ist unsere elite könnte ja auch extra in der box eigentlich machen ne wo haben wir das da haben wir das planet was man so kriegt nix freilassen mehr das wäre was gewesen wenn man das einfach so freilässt so drei stück besser als gar nix würde ich sagen oh du hast was für mich danke das kriege ich 80 in leistungssand das war's wow genau so ich ähm achso 21 hab ich schon hui ähm gut jetzt steige ich erstmal die ersten Sachen so so ach geht nicht weiter ähm Barmelin Barmelin ich weiß gar nicht soll ich Barmelin weiter mitnehmen oder austauschen äh Bourjolin ich verwechsel die beiden jedes mal läuft bei mir hm ich werde auf jeden Fall das hier mitnehmen wegen tausche ich dagegen raus komm das will ich nämlich haben ich will nämlich ein Gengar haben hm und vielleicht noch ein Nachtdatter ja aber ich will auch einen Washer gut die beiden den nehme ich halt auch noch mit zum entwickeln den halt jetzt auch Level 38 was ganz gut ist danke hm so ich kann's schon entwickeln ach die meisten sind schon hoch geboostet okay ja gut es ist ja ein Elite ne und manche Attacken sind ja schon stärker deswegen so 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 hm hm entwickeln dann entwickel ich das mal mhm, 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 mhm Alpollo So Okay, anwendbar Das habe ich schon auf 8 Initiative Spezialverteidigung KP Komm, machen wir mal auf 6 Umgriff So, davon bräuchten wir auch mal mehr Hm Ich muss mal gucken, wie zufrieden Evoli eigentlich ist Hallo Ähm Bericht Ups Ausfählen, so rum Also gut, dann lass mich mal sehen Ne Evoli und du, ihr scheint euch etwas, schon etwas näher gekommen zu sein Aber ihr seid noch nicht wirklich miteinander vertraut Näh Evoli hasst mich Okay Dann schaue ich mal was anderes Hier Herstellen Superbälle Uuiuiuiui Heistig Toll Hm 1 2 2 2 Boah Man muss halt richtig sammeln gehen, oder man Kauft sich die Die Sachen Uuiuiuiui Ähm, ich wollte es gucken Yay What What the hell ey Ist das groß Hallo ihr zwei Na Das ist, das ist so cool gemacht ey Wie die sich alle miteinander unterhalten Wie die sich alle miteinander unterhalten Hallo Na Na Hehe Das ist cool gemacht, aber wirklich cool Na Wie gehts euch Ich muss sich aber immer bewegen, um mit ihnen zu quatschen Ich muss sich aber immer bewegen, um mit ihnen zu quatschen Hallo Hallo Kann man eigentlich das hier machen? Schade Das geht nicht Ach komm Wie geht wirklich nicht, nö Schade Ja, unterhaltet ihr euch mal da Viel Spaß, warte mal Ähm Hallo Achso, ich habe sie ausgemacht eben Stimmt ja Ah Oh Apolo Ärgert die auch voll Wupp 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 Alle zurück Ah, jetzt aber Das wollte ich nämlich auch, dass es geht jetzt Gut So haben wir die Story auch weiter gemacht, ne Haben wir nur wieder Blödsinn gemacht Gerne Danke Zwei Unakobären Zwei Phobären Zwei Phobären Zwei Himibären Ich brauche die Himibären sogar Zwei Sinibären Mh Ich würde sagen Gemüsesaat Ich mache Heilkrautsaat Aber das ist echt schade, dass du nicht auf jeden Fall einzeln auswählen kannst, was du da anbaust Das hätten wir auch noch machen müssen eigentlich Apropos Machen Ähm Okay Abgeschlossen Abgeschlossen Wo ist denn die Ähm Warum Sortieren So Okay Munddarreis habe ich auch, glaube ich, drei Stück Die Knalldinge habe ich auch Kann ich mir auch abgeben Mit den anmutigen Schweif, das habe ich auch Finde das Talisman Finde das Talisman Okay, habe ich nicht Suche im Rückensofern nach Mina und Sicherstor Einen kleinen Moment So Sorry Boah ey Noch ist man wussten, ich komme direkt Erfahre mehr über Anliegen von hier und Sicherstor So Äh Er hat den Kamm am besten einsetzt Okay Äh Und dann Kopfschmerzen Ja Das war das Du bist da Ich muss ganz kurz mal an meine Kiste ran Dann machen wir das einmal so Zack Zack Verschwellen wir die Zeit noch kurz damit So Munddarreis Drei Stück Okay Dann wollen wir mal Das abgeben Oh Schade, dass die Pokémon nicht einen hinterher rennen Wenn man die hier hinten so freilässt Wie lustig So eine Horle an Pokémon Hier einen hinterher rennen Naja, auf die Idee sind sie wahrscheinlich nicht gekommen Hallo Du hast sie zusammen, nicht wahr? Du hast sie zusammen, nicht wahr? Gibst du mir bitte drei Ehren Mutterreis, zwei Furbären und eine Hemibäre? Hier Hier Wie der da steht Ja Ja Und ja Oh, die sind alle von bester Qualität Ich werde sofort loslegen, es dauert nicht lange Und schon bin ich fertig Möchtest du auch mal probieren? Sorry, komm Heimat Muffin Okay Dieses Beeren Gebäck ist sehr beliebt in Gala und anderen Regionen Es schmeckt auch überraschend viel in Pokémon Hm, also Es schmeckt nicht schlecht, aber irgendwie anders Normalerweise sollte die Konsistenz etwas saftiger und der Geschmack milder sein Tja Mit diesen Zutaten wird das wohl nix Tut mir leid, dass du all diese Mühe umsonst auf dich genommen hast Evo Hm, was ist denn los, Evoli? Möchtest du etwa auch davon probieren? Na, wenn du wirklich willst Hier, bitte Evoli freut sich richtig, okay So, so, gut schmeckt es dir also, echt? Ach, wie bin ich erleichtert Du möchtest noch mehr haben? Übertreib es besser nicht, sonst wird dir noch schlecht Evoli? Es ist so niedlich Ich muss wirklich aufpassen, dass ich es nicht zu sehr verwöhne Durch deine Hilfe verstehe ich mich jetzt viel besser mit Evoli Vielen Dank Was die Muffins angeht, sie schmecken jetzt nicht wirklich wie die aus meiner Heimat Hm, wie wäre es, wenn ich sie daher Jubelmuffins nenne? Mit anderen Zutaten sollte ich leckere Muffins für Evoli zubereiten können Hier, versuch dich darum auch mal daran Oh, wir können sie jetzt auch herstellen? Okay Ja Okay Können wir jetzt auch herstellen Alles klar Hm, apropos Wollen wir da nicht irgendwas bekommen gerade? Wollen wir die Muffins nicht bekommen? Okay Okay Tschüss Ich dachte wir haben da was bekommen So Die Knalldinge Hä Achso Ja Raus 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 Aber wir müssen nach unten Diese Knalldinge abgeben Ja Das erwarten wir irgendwann noch richtig Hallo Hallo Wenn ihr mal guckt Oh, der Junge aus dem Forschungsdorp, der die Königin des Bergkampfs versämpftigt hat Was kann ich für dich tun? Was? Dieser Bang in Tail so schickt dich? Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass dieser Feigling einen Kunden zum Fahnen schickt Gerade jetzt, wo ich ohnehin schon gereizt bin, weil ich keine Knallmus zu bekommen ist Moment Boah, dieses Weißband nervt auch Oh, ist das etwa Knallmus? Teilst du das mit mir? Drei Kugeln würde mir schon reichen Hier bitte Genau deswegen sind wir doch hier Knallmus ist aus dem Kobaltküßland, einfach nicht wegzudenken Diese Meereseige wird oft an Stränden angespült Knallmus wird hauptsächlich zur Herstellung von Knallkugeln verwenden Mit diesen lassen sich Pokémon gut verscheuchen Also gut, ich werde Teil so neue Waren zur Verfügung stellen Aber nur weil du es bist Danke Wir sind auch so ein Laufjunge hier So ein Laufbursche Von jedem So So Aber ist ja egal Dalla 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 Wappalappbo Hallo Dank dir ist endlich neue Ware vom Produktions Tour eingetroffen Es tut mir leid, dass ich dich erneut in meiner Angelegenheit erweckert habe. Hoffentlich vertragen Taohua und ich uns bald wieder. Wie auch immer, das hier ist alles gute Ware. Kauf doch was, bevor du gehst. Okay, dann zeig mal, was du jetzt hast. Hyperheiler. Okay. Das ist nicht schlecht. Wenn man Statusprobleme hat. Und wenn man hat, ja. Wenn die nicht wieder aufgehoben werden, relativ schnell. Nee. Er hat uns doch hier drüben auch beim letzten Mal was gegeben gehabt an der Quest, ne? Oder, wo bin ich jetzt der Ende? Achso, ja. Cool. Äh. 51. Ich kauf mal... 20. Ich kauf mal 30. Komm. Danke. Äh. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Eigentlich nix wirklich so richtig, ne? Wo man verkaufen kann. Warte, das ist noch vier Anleitungen. Ähm. Das ist neu, ne? Bohnenköder. Äh. Sternstück. Die Anleitungen zur Hechtung eines Sternstücks benötigt Materialien. Drei Popelstück, drei Indigo-Stücke, drei Grünstücke und ein Säckchen Sternstück. Das sind die ganzen Dinge, die wir aus den, ähm... Anomalien kriegen. Äh. Okay. Hyper... Hyper... Hyperarznei, okay. Naja, Hyperheiler. Okay. Marina-Beere, Filsi-Beere, Fragi-Beere und Will-Beer-Beere. Das ist halt alles ganz cool. Äther-Pilm. Die Anleitungen zur Hechtung von Äther-Pilm benötigen Materialien. Eine Yonako-Beere und zwei Stänge Äther-Kraut. Oh, Äther-Kraut ist auch so scheiße schwer zu kriegen. Reißküter. Also, interessant sind die Äther-Pilm. Und die Sternstücke. Weil durch Sternstücke können wir richtig Kohle machen. 10.000. Wow. Gut. Ähm. Ich wollte einmal noch, bevor ich das wieder vergesse, erstellen. 26 Stück. Sehr schön. Dann stelle ich hiervon auch einfach nochmal vier Stück her. Dann haben wir davon auch welche. Dann stelle ich hiervon noch welche her. Sind sechs Stück. Gut. Das kann ich noch herstellen. Nix. Gut. Dann würde ich aber sagen, werde ich hier auf... werde ich jetzt werde ich erstmal die Aufnahme beenden und beim nächsten Mal machen wir im Küsten weiter obwohl wir vorher noch wahrscheinlich erstmal aus den anderen Bereichen die Sachen von den Spielern holen werden um so halt die EP zu kriegen gut, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal bei Pokémon Legenden Arceus, bis dann ciao ciao